Hallo, ich bin total aufgeregt, weil ich in diesem Video über Deutschland lerne werde. Du wolltest mit mir lernen. Bist du bereit über Deutschland zu lernen? Ich bin total, ich bin aufgeregt. Bist du auch aufgeregt? Sie mag schlafen. Ich kann nicht warten über Deutschland zu lernen. Hast du viel über Deutschland gesehen? Ja. Wie viele Bundesländer? Wow, okay, das ist viel. Und welches Bundesland wohnst du? Okay. Ja, ich habe ein neues Deutschland gefunden. Und, und, das war in Oldenburg und Hamburg. Erst Hamburg und dann Oldenburg. Und dann Hamburg wieder. Aber jetzt bin ich nicht mehr in Deutschland, weil ich vermisse, so. Ich freue mich über etwas zu lernen, das ich vielleicht viel früher gelernt habe. Aber besser spät als niemals. Also, es sagt, die Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe einen Stift und so. Ich werde eine unterstreiche Marken, wenn ich eine Gebietziehe oder eine Bundesland- oder Stadtziehe, die ich besucht habe, die ich besucht habe, das ich schon besucht habe. Und lass mich wissen, like, ja, woher kommst du und wo hast du in Deutschland bewohnt? Also, also, so, Kiel. Ich habe Kiel. Ich versuchte, so, ich werde das natürlich zureichen. Punkt. Kiel war schon. Ja, ich habe es genießen. Es war super, like, all diese Nord, ähm, fliegel. All diese Norddeutsche Städte, manche sind ähnlich. Ähm, so, ich hatte Sorge, dass Kiel zu ähnlich mit Hamburg wurde und, und das war in die Pandemie-Zeit, so, aber ich war falsch. Es war, ähm, refreshing und klein und das ist etwas, das ich vermisst habe, wo man alles sieht, in einer 10 Minuten oder 20 Minuten oder 20 Minuten am Fahrrad zu sehen kann. Oder, in diesem Fall, vor einem Scooter. Aber, ich bevorzuge Fahrräder. Was bevorzugst du oder was ist dir lieber? bist du das Gleiche? Ja. Oder nein? Nein? Okay. Ich mag ein langsames Leben. Okidoki. So, das ist Kiel und das ist in Schleswig-Holstein. Ich liebe das Wort Schleswig-Holstein. 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 Ich weiß es nicht, warum, aber es klingt gut. Schleswig-Holstein. Und das ist in der Nähe von die Nullsee und die Ostsee. Und die Ostsee. Ich habe die Ostsee noch in Polen erfalt. Ja. Mein Hund frisst gerade. Aber vielleicht das nervt ich nicht. So, ja. Und ich habe die Nordsee von dieser Punkt Bremenhaven eigentlich nein, ich habe Bremenhaven noch nicht gesehen, aber Kokshaven habe ich gesehen. Ich habe ein Nude. Was heißt das? FKK Gebiet. Das war nicht mein Plan. Es war ein Fehler, aber super cool. Kultur nicht magisch, aber ich kann das nicht selbst. Kannst du? FKK und ohne Sorge machen. Interessant. Okay. So dann, das ist, okay, Kiel, Es ist in Schleswig-Hochstein und dann Dänemark ist ist der Nord von von das und unter Schleswig-Hochstein ist Hamburg und das ist cool, Hamburg ist sein eigener Stadt, nein, Bundesland und Stadt wie Bremen. Bremen habe das geholt und das ist warum ist es sein eigener Kreis hier hat. Bremen Hamburg so Hamburg in Hamburg Bremen Bremen und dann und ich habe in Oldenburg gefunden das ist in der Nähe von Bremen und das sind die Niedel oh nein sei Niedersachsen Niederlande die Niederlande ist the Netherlands so nein nicht die Bundeslande von Bremen Oldenburg und Hannover und Hildesheim ich habe Bremen und Hannover ich habe Hannover nur eigentlich nur ein Tag war ich in Hannover oder war das oh ich kann nicht erinnern ich kann mich nicht erinnern aber ich war nicht lang in Hannover so vielleicht das ist warum ich nicht eine tiefe Ernährung aber Bremen ich liebe diese kleine 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 Strasse in Bremen diese Geschichte Gebiet ok ich habe Bremen gesehen Hamburg natürlich Niedersachsen Hannover vielleicht ich war in der Hauptbahnhof von Hannover das weiß ich so Hannover ja Hildesheim nein ich weiß es nicht was Hildheim beliebt ist warum es what it stands for was es ich weiß es nicht auf deutsch aber und ok und dann haben wir ich habe das Wort niemals gesehen eigentlich Mecklenburg vor Pomeran das ist cool Mecklenburg vor Pomeran ich weiß es nicht ich denke an ein Pomeranian ein kleiner Hund Mecklenburg vor Pomeran und dann gab es Schwierin Schwierin hat es ich habe Schwierin im Haus angeholt was ist Schwierin ist das eine beliebte Stadt weißt du das ok ja gut zu wissen und dann ok hier weiß ich Brandenburg das ist sehr beliebt weil das Berlin hat aber das ist genauso wie Hamburg in Bremen Berlin Berlin ist sein eigener Bundesland und dann in der Nähe von Berlin ist Potsdam Potsdam ich habe niemals Potsdam gesehen nur in Berlin ich war oft oh nein nicht wirklich oft vielleicht in zusammen insgesamt sechs sechsmal in Berlin vielleicht wie ich früher gesagt habe ich liebe Techno so wenn ich die Möglichkeit oder die Chance habe werde ich immer in Techno Club in Berlin besuche eine kleine Tanzen mal tanzen tanzen ok so Berlin oder Potsdam ist in Brandenburg und dann hier zwischen Niedersachsen und Brandenburg ist Sachsen Anhalt Ah ok ich habe an das gehört in der Zeitung Sachsen Anhalt Anhalt klingt wie Anwalt wie ein Lawyer Sachsen Anhalt in der Zeitung Magdeburg ich habe niemals Magdeburg gesehen Magdeburg aber ich habe es gehört und das ist eine beliebte Stadt denke ich vielleicht und dann gab es hier unter Niedersachsen ist Nordrhein-Westfalen oh ich liebe diese Bundeslandname es klingt wie wie ein ein Schloss ein super Schöner Schloss Nordrhein-Westfalen weiß es nicht warum Nordrhein aber ok es ist Nordrhein und die Rhein und dann weiß es nicht ob Westfalen bedeutet etwas das an Dusseldorf ich hatte meine letzte Woche in Deutschland war letztes Jahr habe ich einen Tag in Dusseldorf verbracht und es war super schön super schön ich habe ja ich fand der Abbahnhof war das sehr einfach durch die Stadt zum Bazirk gegangen und dann die und dann habe ich in ein Café gesetzt entlang die die Rheine und es war so eine breite Rheine da hat das nicht erfolgt das war so groß und dann die Schiffe war so nah das war auch cool ja habt das Dorf gemolkt also ich werde das unterstreichen Nordrhein-Westfalen und dann kohen weil ich da dreimal kohen ja ich merke es ist so die Gebäude und die Apartment sind so schön und sehr sehr schöne Stadt ich hatte aber diese Gefühle dass das Geld hat in Düsseldorf hat mir die Gefühle gegeben dass es sehr große Firmen sind drin weil die Gebäude waren ziemlich hoch und hat ein sehr reiches Gebiet in der Mitte der Stadt mit dieser super neuen Firmen ab da es hat eine Mischung was die Leute weißt es nicht es war eine gute Mischung ok komm und wenn wir neben Nordrhein-Westfalen ist Essen wenn das ist wo Wiesbaden ist und wo wollte das ist nicht so klar Frankfurt ist 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 das in Frankfurt war diese Karte zeigt es nicht so klar aber ich war in Frankfurt ein paar Mal und ein Freund von mir wohnt in Wiesbaden er sagt oder vielleicht in Wiesbaden in weißt du wie wir in Hamburg sagen Moin sagte er dass er woher er kommt sie sagen Guda ich fand das so süß ich liebe diese Unterschiede Wiesbaden Frankfurt ist in Hessen Hessen ist neben Rheinland oh was ist das Rheinland Vals oh hab das niemals auch gesehen das hat Mainz und Saarbrücken drin Saarbrücken in Mainz hab von Mainz geholt Saarbrücken auch aber ich weiß es nix leid Saarland oh es gibt zwei Bundesländer hier Saarland und Rheinland Vals ok interessant dann ok ich muss ein bisschen höher gehen zu trinken hab das noch nicht gelesen Erfurt Erfurt ist in Thüringen hab Erfurt nicht gesehen was ist in Thüringen das ist Intermitteld Deutschland ich hab noch viel zu sehen dann haben wir hier Leipzig und Dresden das ist in Sachsen oh Sachsen als ich in Oldenburg gewohnt hab hatte ich Schwierigkeiten mit dem Unterschied zwischen Niedersachsen und Sachsen Hier ist Sachsen Niedersachsen Interessant Verstehst du das warum die beiden haben die gleiche Verte vielleicht es gab ein ähm ein King und Queen ich vergesse was das auf Deutsch ist vielleicht sie haben in die beiden Länder gewohnt und das ist kompetent aber ja ich hab Leipzig und Dresden ähm wir haben einen vorgeinander Ausflug in diese Städte gemacht zweimal in Leipzig einmal in Dresden hab Dresden sehr sehr gemocht es war sehr casual aber wow super schön die Schlosser es war lecker ja in der alten Zeit war das sehr reich ich konnte das merken weil die diese alte alte medieval Gebäude sind so wunderschön anzugucken ich das lohnt sich in Dresden Leipzig war super jung so viele junge leute und Leipzig Leipzig ich mag die ähm Aussprache in Leipzig das klingt super cool fand ich und Dresden auf ok und dann so die tschechische republik ist in der nähe von Sachsen oh und Bayern ok so Bayern hat Furt Slash Nürnberg ich weiß es nicht warum es eine Slash in der Mitte hat aber ich habe Nürnberg besucht und das war mein erstes Mal in Deutschland meine Austausch Semester in Hamburg habe ich eine große Welt ähm zweite Welt Krieg ähm nur allein ich war nur allein in Hermes auch gemacht und das macht so viel Spaß in dieser Zeit diese Solo-Trip zu machen und Nürnberg war einer von mein Lieblings es war so schön und klein und diese Fountain ähm ich vergesse das Fountain ist aber das war super schön und der Schlash war schön und ich habe Couchsurfing gemacht und habe einen sehr sehr netten netten Mensch auf Couchsurfing getroffen und ja gute Zeit in Nürnberg das ist in Bayern Bayern Nord ein bisschen Nord Bayern oder ähm Mittel so dann in Bayern gab es gibt es ähm Augsburg 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 habt niemals Augsburg gesehen Passau habt ihr es auch nicht gesehen und Mütchen natürlich also die Touristen da Mütchen gesehen ok ich war da ähm zweimal das erste Mal war mein erstes Austausch Semester hab ähm Neuschwanstein gesehen und dann mein zweites Mal äh fast lass uns sehen ja fast drei Jahre später war ich bei Underworld und das macht natürlich viel Spaß für die Touristen ich weiß es ich hab am Herzen die ähm die Süddeutschen sie ähm sie ähm find es oh die Autos tut mir leid sie find es ähm mehr ähm ähm äh von die Kultur aber die Norddeutschen das war die meisten dass ich gesprochen sehr fand das nicht so interessant aber ich kann das gut verstehen das ist wie ich und vielleicht ein großer kulturell Party von New York City ich kenne nichts an New York City so ok und dann dann haben wir neben Bayern links oder Norddeutschen 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 Never Eats ok war fest von Bayern ist Baden vor Tempurg ah ok Baden vor Tempurg labor ja ich hab ich hab viel an diese Bundeslain Alkohol oder so ähm das hat Karlsruhe und Stuttgart und Freiburg drin hab ich hab diese Baden Wolverham nicht besiegt Aber ja, Stuttgart habe ich viel gehört, es gibt viele große Firmen und eine Industrie-Stadt. Ja, das ist alles, was ich weiß. Karlsruhe weiß, ja, das ist, das gibt ein Bier, richtig, heißt Karlsruhe oder Karls Freiburg, Freiburg, weiß es nicht, Freiburg. Und habe ich etwas vergessen, Saarbrücken, also ihr habt das gesagt. Und dann sagt und runter, Hessen ist ein Bundesland, Hessen und Sachsen sind Bundesländer, oh, okay. Nur zu sagen, wie sagt man Bundesland, Bundesland. Okay, ich hoffe, dass ihr mein Video gemocht habt und ich werde ihr später sehen. Tschüssi.